aber auch schon wieder zwei stunden wobei 50 Prozent der Zeit diese neben ist und aufgaben sind neben ist hier und gut sagt aber in der nicht dass es gleich beim Ausgang hin platziert war nein er ist ja wie ein Junan ja Spargoni wie Egglancer siehst du ja so heißt der ist aber glaube ich auch wieder von Androiden gesteuert es ist aber keine große Introduction dafür nur so hallo Bye hmm dieser unnötige Boss mit den Quicktime Events ja man ist ein Egg Beetle mit Egg Devil Ray und man kriegt Egg Lancer hier ist sowieso total glücklich aber wundert dass man nicht gleich runterfällt das ist gut ah die stört scheiße mhm zwei Quicktime Events ja aber alles nur dazu ihn zu treffen bam so das ist auch der einzige Weg um weiter zu kommen war verhaut man nicht Quicktime Events dann runter wir dürfen da gleich mal neu starten Juchey ja ich mein ist es der Burner ne ja aber dass sich die Strecke Tast neu aufbauen wieder dafür ja ja guck mal ich kann es immer noch machen so eine Herausforderung oh mein Gott wow genau ich muss noch eine Medaille einsammeln jetzt auf die Mina habe ich keiner abgegeben na von mir aus mach was du willst ich habe da gerade verstanden Dankeschön Red man sich dieser Boss kein Thema ich meine er nervt nicht so rum mit den Laserstrahlen wie Egg Devil Ray hat auch kein so gut ein Schutzschild und down und der beschwert sich dass es so cool zwar wenn er wüsste was hier alles durch machte ja war auch mein erster Boss mit S-Ranking beim ersten Versuch beim ersten fucking Versuch übertreffnitzer das war der erste fucking Versuch das ist die Tiere entstehen gar nicht na komm schreib mal ein paar Kombos frei ja ja bitte gute Feral Wild World ja es ist wahrscheinlich nur die noch weitere noch kurze weitere Kombos von der X-Taste oder nur X-Taste oder es ist einfach nur ein fucking Wirbel ne 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 so war es ja auch mit der Y-Taste na gut na gut cutscene na gut was ist falsch, buddy? huh? oh genau ich bin einfach Angst 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 es ist nur noch ein altes Tempel es sieht nicht aus, dass jemand da ist aber das 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 tut das nicht 3 wurde Ich bin gut. Los geht's! Wow! I welcome your return. Messenger of day, of light, of rebirth. Sonic, I remember now all of it. You can't fly like a house. But still there is still a blinker shit. Yeah, although he's stronger. What's still? Flying shitter? I don't know if it's completely different. Yeah. Wow. My... My real name is Light Gaia. I draw power from the day and light and guide the planet to its rebirth. My job was to protect the planet from Dark Gaia. But Eggman broke the world apart himself and Dark Gaia and I were awakened before we should have been. That's why Dark Gaia broke apart and I didn't know who I was. I didn't remember what I was supposed to do. All because this isn't the proper time of awakening. Time of awakening? Dark Gaia grows over millions of years. Then rises to destroy the world. And I put it all back together. We've been doing this over and over. Again and again. Since the very beginning of time. So you were asleep all this time? For millions of years? Yes. For ages and ages. I bet it's thanks to you. Hmm? Even at night when I'm like this. I'm still myself. Not like all the other people we've seen. You must have been protecting me this whole time. Mm-mm. I haven't done anything, Sonic. You're the reason you haven't changed at all. You're too strong to lose yourself. I'm the reason? Yeah. You never doubt yourself no matter what. You never give in to the night or the darkness inside your heart. I think it's because I knew that about you. That's why I wanted you to help me. It's been so fun getting to see the world. I've lived here since the planet began. But I didn't know a thing about it. That it's so pretty. Or that food tastes so good. Or that people are so nice. I'm so glad I got the chance to discover all that with you. And I'm so glad that you helped me find my memory. Sonic. I will never, ever forget you. Thank you, Sonic. Goodbye, friend. Hey! Whoa! What? Where do you think you're off to all by yourself? What? But my memory is back now. And... Well, from here on out, it's my responsibility. So, um... I mean, there's no reason for you to come along. So I should just... Do I need a reason to want to help out a friend? And... Thanks, Sonic. Yeah! Ha 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 ha! Give him the atmosphere, and he should be quiet. Hehehehe. 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 ich habe nicht gekauft ja wir können schon verwandlung ja ja na gut was wird dann gleich mal ganz wie wir sagen jetzt damit einfallen mit dem schilder Sonic das kommt von der tv-serie her oder sogar von den alten Comics ok na dann du kriegst alles runter ich zeige fest muss er nicht sein was sie mir für schmacken reikt aber wie das brickelt so krimmig und weich ich denke nicht dass ich die eckmannsfigur ist nicht eckmannsfigur na egal du musst du echte teefanatiker sein guck dann wie viel tee wir eigentlich haben ja das ist jetzt ist er aus in china dann klar wie Moment was macht Sonic da jetzt mal was im hintergrund wenn ich was zu futtern gebe ich drühe mal Kamera ja Moment wirst du tags auch nicht mal sehen hier gibt's ja keine rutsch im arm hier gibt's ja keine rutsch im arm schniffel schniffel hm richtig komisch nach was riecht ist los ich kann es nicht identifizieren ah chili dogs wieso riecht es nach chili dogs der macht auch hart schön dass wir daran gedacht haben auch wenn es wirklich nicht nötig war da immerhin na auch stärker eh das case scenario jetzt wir müssten zwölf nachten gleich das das wäre es ja noch das wäre es ja noch wird jetzt bei Nokia sagen sicher noch wow zusammen gesetzt wunderbar so Besuch Eggman und habe ihn gern Sigh.